Am anderen Morgen traf man sich beim Frühstück. Es war ziemlich spät geworden, ohne dass Dubslav, wie das sonst wohl auf dem Lande Gewohnheit ist, ungeduldig geworden wäre. Nicht dasselbe ließ sich von Tante Adelheit sagen. Ich finde das lange Wartenlassen nicht gerade passend. Am wenigsten Personen gegenüber, denen man Respekt bezeigen will. Oder gehe ich vielleicht zu weit, wenn ich hier von Respektbezeigung spreche? So hatte sich Adelheit zu Dubslav geäußert. Als nun aber die barbischen Damen wirklich erschienen, bezwangen sich die Domina und stellte all die Fragen, die man an solchen Begrüßungsmorgen zu stellen pflegt. In aller Unbefangenheit antworteten die Schwestern am unbefangensten Melusine, die bei der Gelegenheit dem alten Dubslav erzählte, dass sie nicht umhin gekundet hätte, sich die Bibel an ihr Bett zu legen. Und mit der Absicht, drin zu lesen? Beinahe. Aber es wurde nichts daraus. Armgab plauderte so viel, freilich auf meinen Wunsch. Ich hörte von der Treppe her immer die Uhr schlagen und las dabei beständig das Wort Museum. Aber das war natürlich schon im Traum. Ich schlief schon ganz fest. Und heute früh bin ich wieder Fisch im Wasser. Dubslav hätte dies gern bestätigt, dabei nach einem Spezialfisch suchen, der so recht zum Vergleich für Melusine gepasst hätte. Die Blicke seiner Schwester aber, die zu fragen schienen, hast du gehört, ließen ihn wieder davon abstehen. Und nachdem noch einiges über den großen Oberflur und seine Bilder und Schränke gesprochen worden war, wurde, genau wie vor einem Vierteljahr, wo Rex und Schackow zu Besuch da waren, ein Programm verabredet, das dem damaligen sehr ähnlich sah. Aussichtsturm, See, Globso. Dann auf dem Rückwege die Kirche, vielleicht auch Krippenstapel. Und zuletzt das Museum. Aber manches davon war unsicher und hing vom Wetter ab. Nur den See wollte man unter allen Umständen sehen. Engelke wurde beauftragt, mit Pläts und Decken vorauszugehen und ein paar Leute zum Wegschaufeln des Schnees mitzunehmen, lediglich für den Fall, dass die Damen vielleicht Lust bezeigen sollten, die Sprudel- und Trichterstelle genauer zu studieren. Und wenn wir auf unserem Hofe keine Leute haben, so geh ins Schulzenamt und bitt Rolf Krake, dass er aushilft. Melusine, die dieser Befehlserteilung zugehört hatte, war überrascht, in einem märkischen Dorfe dem Namen Rolf Krake zu begegnen und erfuhr denn auch alsbald den Zusammenhang der Dinge. Sie war ganz enchantiert davon und sagte, das ist hübsch. Aller aufgesteilter Patriotismus ist mir ein Gräuel. Aber wenn er diese Formen annimmt und sich in Humor und selbst in Ironie kleidet, dann ist er das Beste, was man haben kann. Ein Mann, der solchen Beinamen hat, der lebt. Der ist in sich eine Geschichte. Dubslav küßte ihr die Hand. Adelheit aber wandte sich demonstrativ ab. Sie wollte nicht Zeuge dieser ewigen Huldigungen sein. Wenn man ein alter Major ist, ist man eben ein alter Major und nicht ein junger Leutnant. Dubslav ist zwanzig. Aber zwanzig, ja, ade. Es war gegen zehn, als man aufbrach, um zunächst auf den Aussichtsturm zu steigen und nachdem man von der obersten Etage her die Waldlandschaft, die sich auch in ihrem Schneeschmuck wundervoll ausnahm, gebührend bewundert und dann den Abstieg glücklich bewerkstelligt hatte, passierte man den Schlosshof mit der Glaskugel, um über den Dorfplatz fort in die nach dem See hinunterführende große Straße einzubiegen. Auf dem Dorfplatz war alles winterlich still. Nur vor dem Kruge standen drei Menschen. Engelke, der die Schneeschipper vorausgeschickt hatte, mit seinen Pläts über den Arm, neben ihm Schulze Gluckhohn und neben diesem Gendarme Unke, das Karabinergewehr über die Schulter gehängt. Da treffen wir ja die ganze hohe Obrigkeit, sagte Dubslav. Engelke kann ich auch mitrechnen, der regiert mich, ist also eigentlich die Feudalitätsspitze. Während dieser Worte waren die Herrschaften an die Gruppe herangetreten. Freut mich, dass ich Sie treffe, Gluckhohn, ich denke, Sie begleiten uns. Frau Gräfin, darf ich Ihnen hier unseren Dorfherrscher vorstellen. Schulze Gluckhohn, alter 64er. Und nun ordnete sich der Zug, Dubslav und Unke, schlossen ab. Woldemar, Arngard und Tante Adelheit hielten die Mitte. Melusine schritt voran, Rolf Krake neben mir. Ich bin froh, sagte Melusine, Sie bei dieser Partie mit dabei zu sehen. Der alte Herr von Stechlin hat mir schon von Ihnen erzählt. Und dass Sie 64 mit dabei gewesen. Und ich weiß auch Ihren Namen, das heißt den zweiten. Und ich darf sagen, ich freue mich immer, wenn ich so was Hübsches höre. Ha, 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 Rolf Krake, lachte Gluckhohn. Ja, Frau Gräfin, wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen. Das heißt, von Schaden darf ich eigentlich nicht reden. Den habe ich nicht so recht davon gehabt. Ich bin nicht mal angeschossen worden. Und doch ist so was billig, wenn es erst losgeht. Ja, Schulze Gluckhohn, und zu einem ist so was leider immer verschlossen, wie die Leute hier sagen, verpurrt. Und doch ist das das eigentliche Leben. So immer bloß einsitzen und ein bisschen Scharpie zupfen. Das ist gar nichts. Mit dabei sein, das macht glücklich. Es war aber trotzdem wohl ein eigenes Gefühl, als Sie da so von Düppel nach Ahlsen rüberfuhren und das unheimliche Schiff der Rolf Krake so dicht daneben lag. Ja, das war es, Frau Gräfin, ein ganz eigenes Gefühl. Und mitunter erscheint mir der Rolf Krake noch im Traum. Und ist auch nicht so verwundert, denn Rolf Krake war wie ein richtiges Gespenst. Und wenn solch Gespenst einen packt, ja, da ist man weg. Und dabei bleibe ich, Frau Gräfin, 66 war nicht viel und 70 war auch nicht viel. Aber die großen Verluste? Ja, die Verluste waren groß, das ist richtig. Aber Verluste, Frau Gräfin, das ist eigentlich gar nichts. Natürlich, wen es trifft, für den ist es was. Aber ich meine jetzt das, was man dabei so das Moralische nennt. Und darauf kommt es an, nicht auf die Verluste, nicht auf viel oder wenig. Wenn einer eine Büschung raufklettert und nun steht er oben, er schleicht sich ran, immer mit nem Pulversack und nem Zünder in der Hand und nu legt er an und nu fliegt alles in die Luft und er mit. Und nu ist die Festung oder die Schanze offen. Ja, Frau Gräfin, das ist was. Und das hat unser Pionier Klinke getan. Der war moralisch. Ich weiß nicht, ob Frau Gräfin mal von ihm gehört haben. Aber dafür lebe ich und sterbe ich immer bloß das Kleine. Da zeigt sich's, was einer kann. Wenn ein Bataillon ran muss und ich stecke mittendrin, ja, was will ich da machen? Da muss ich mit und baff, da lege ich. Und nun bin ich ein Held. Aber eigentlich bin ich keiner. Es ist alles bloß Muss. Und solche Muss-Helden gibt es viele. Das ist, was ich die großen Kriege nenne. Klinke mit seinem Pulversack. Ja, der war bloß was Kleines. Aber er war doch groß. Und ebenso, wenn er auch unser Feind war, dieser Rolf Krake. So ging historisch retrospektiv das Gespräch an der Täter, während Dubslav und Unke, die den Zug abschlossen, mit ihrem Thema mehr in der Gegenwart standen. Ist mir lieb, Unke, sie mal wieder zu treffen. Seit Rheinsberg habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich denke mir, Torgelow ist nun wohl schon im besten Gange. So wie Bebel. Ich kriege natürlich jeden Tag meine Zeitung, aber es ist mir immer zu viel. Und das große Format und das dünne Papier, da gucke ich denen nicht immer ganz genau zu. Hat er denn schon gesprochen? Ja, immer ja. Gesprochen hat er schon. Aber nicht viel. Und war auch kein rechter Beifall. Auch nicht mal bei seinen eigenen Leuten. Er wird wohl die Sache noch nicht recht weg haben. Ich meine, das, was Sie jetzt das Parlamentarische nennen, das schadet aber nichts. Und ist eigentlich egal. Wichtiger ist, wie Sie hier in unserem Ruppiner Winkel, in unserem Rheinberg-Wutz über ihn denken. Sind Sie denn da mit ihm zufrieden? Auch nicht, Herr Major. Sie sagen, er sei zweideutig. Ja, Unke, so heißt es überall. Das ist nun mal so, dass es nicht zu ändern. In Frankreich heißt es immer gleich Verrat. Und hier sagen Sie zweideutig. Da war auch einer von uns, den ich nicht nennen will. Von dem hieß es auch so. Von dem hieß es auch so. Ja, Herr Major. Und Piderke, der immer gut Bescheid weiß, der sagte mir schon damals in Rheinsberg, Unke, glauben Sie mir, da hat sich der Herr Major eine Schlange an seinem Busen großgezogen. Kann ich mir denken. Klingt ganz nach Piderke. Der spricht immer so gebildet. Aber ist es auch richtig? Ist schon richtig, Herr Major. Herr Major denken immer das Gute von den Menschen, weil sie so viel zu Hause sitzen und selber so sind. Aber wer so rumkommt wie ich, alle liegen sie. Was sie meinen, das sagen sie nicht. Und was sie sagen, das meinen sie nicht. Ist kein Verlass mehr. Alles zweideutig. Ja, so rund raus, Unke, das war früher. Aber das geht jetzt nicht mehr. Man darf keinem so alles auf die Nase binden. Das ist eben, was sie jetzt politisches Leben nennen. Ach, Herr Major, das meine ich ja gar nicht. Das Politische. Jot, wenn einer sich ins Politische zweideutig macht, dann muss ich ihn anzeigen. Das ist Dienst. Darum greime ich mich aber nicht. Aber was nicht Dienst ist, was man so bloß noch nebenbei sieht, das kann einen mitunter leid tun. So bloß als Mensch. Aber lieber Unke, was ist denn eigentlich los? Wenn man sie so hört, da sollte man ja wahrhaftig glauben, ob es ginge zu Ende. Na ja, in der Welt draußen, da klappt nicht immer alles. Aber so im Schoß der Familie, Jot, Herr Major, das ist es ja eben. In diesem Schoß der Familie, da ist es ja gerade am schlimmsten. Und sogar in dem jüdischen Schoß, der doch immer noch der Beste war. Beispiele, Unke, Beispiele. Da haben wir nur hier, um bloß ein Beispiel zu geben, unseren guten alten Baruch Hirschfeld. In Gransee, frommer, alter Jude. Kenne ich, kenne ich ganz gut. Beinahe zu gut. Nun, der hat einen Sohn, und mit dem ist er mitunter verschiedener Meinung. Aber dagegen ist doch nicht viel zu sagen. Das ist in der ganzen Welt so. Der Alte hängt noch am Alten. Und der Junge, nun, der ist eben ein Jungscher. Und Brammer basiert ein bisschen. Ich weiß nicht recht, zu welcher Partei er sich hält. Er wird aber wohl für Torgelow gestimmt haben. Nun, mein Gott, warum nicht? Das tun jetzt viele. Daran muss man sich gewöhnen. Das ist eben das Politische. Nein, Herr Major. Herr Major wollen verzeihen, aber bei diesem Isidor, es ist nicht das Politische. Komme ich ja jeden dritten Tag hin und sehe den Alten in seinem Laden und höre, was er da redet und redet. Und der Junge redet auch und redet immer von's Prinzip. Das Prinzip ist ihm aber egal. Er will bloß mogeln und den Alten an die Wand drücken. Und das ist das, was ich das Zweideutige nenne. Armgard, Woldemar und Tante Adelheit hatten die Mitte genommen. Als sie bis in die Nähe der Seespitze gekommen waren, immer unter einem verschneiten Buchen und Eichengange hin, wurden sie durch ein Geräusch wie von brechenden kleinen Ästen aufmerksam gemacht und ihr Auge nach oben richtend gewahrten sie, wie zwei Eichhörnchen über ihnen spielten und in beständigem Sich-Haschen von Baum zu Baum sprangen. Die Zweige knickten und der Schnee stolpte hernieder. Armgard mochte sich vor dem Schauspiel nicht trennen, lachte, wenn die momentan verschwundenen Tierchen mit einem Male wieder zum Vorschein kamen und gab ihre Beobachtung erst auf, als die Domina nicht direkt unfreundlich, aber doch ziemlich ungeduldig und jedenfalls wie gelangweilt zu ihr bemerkte, ja, kommt es sich springen, es sind eben Eichhörnchen. Einige Minuten später hatten alle die Bank erreicht, von der aus man den besten Blick auf den zugefrorenen See hatte. Das Eis zeigte sich hoch mit Schnee bedeckt, aber in seiner Mitte war doch schon eine gefegte Stelle, zu der vom Ufer her eine schmale, gleichfalls freigeschaufelte Straße hinüberführte. Engelke legte die Decken über die Bank und die Damen, die von dem halbstündigen und zuletzt etwas ansteigenden Wege müde geworden waren, nahmen alle drei Platz, während sich Rolf Kake und Unke wie Schildhalter zu beiden Seiten der Bank aufstellten. Dubslav dagegen placierte sich in Front und machte, während er einen landläufigen Führerton anschlug, den Ciceronen. Habt die Ehre, Ihnen hier die große Sehenswürdigkeit von Dorf- und Schlossstechlin zu präsentieren. Unsern See, meinen See, wenn Sie mir das Wort gestatten wollen. Alle möglichen berühmten Naturforscher waren hier und haben sich höchst schmeichelhaft über den See geäußert. Immer hieß es, es stehe wissenschaftlich fest und das ist jetzt das Höchste. Früher sagte man, es steht in den Akten. Ich lasse dabei dahingestellt sein, wovor man sich tiefer verbeugen muss. Ja, sagte Melusine, das ist nun also der große Moment. Orientiert bin ich, aber wie das mit allem Großen geht, ich empfinde doch auch etwas von Enttäuschung. Das ist, weil wir Wind haben, gnädigste Gräfin, wenn Sie die offene Seefläche vor sich hätten und in der Vorstellung stünden, jetzt bildet sich der Töchter und jetzt steigt es herauf. So würden Sie mutmaßlich nichts von Enttäuschung empfinden, aber jetzt das Eis macht still und duckt das Revolutionäre. Da kann selbst unser Unke nichts notieren, nicht wahr, Unke? Unke schmunzelte. Im Übrigen sehe ich zu meiner Freude und das verdanken wir wieder unserem guten Kluckhohn, der an alles denkt und alles vorsieht, dass die Schneeschipper auch ein paar ihrer Pickäxte mitgebracht haben. Ich taxiere das Eis auf nicht dicker als zwei Fuß und wenn sich die Leute dran machen, so haben wir in zehn Minuten eine große Lohne und der Hahn, wenn er nur sonst Lust hat, kommt aus seiner Tiefe herauf. Befehlen, Frau Gräfin, um Gottes Willen, nein, ich bin sehr für solche Geschichten und bin glücklich, dass die Familie Stechlin diesen See hat, aber ich bin zugleich auch abergläubisch und mag kein Eingreifen ins Elementare. Die Natur hat jetzt den See überdeckt, da werde ich mich also hüten, irgendwas ändern zu wollen. Ich würde glauben, eine Hand führe heraus und packte mich. Adelheit war bei diesen Worten immer gerader und länger geworden und rückte mit Ostentation von Melusine weg, mehr der Bank lehne zu, wo halb wie das gute Gewissen, halb wie die göttliche Weltordnung Unke stand und durch seine bloße Gegenwart den Gemütszustand der Domina wieder beschwichtigte. Nur von Zeit zu Zeit sah sie fragend, forschend und vorwurfsvoll auf ihren Bruder. Dieser wusste genau, was in seiner Schwesterseele vorging. Es erheiterte ihn ungemein, aber es beunruhigte ihn doch auch. Wenn diese Gefühle wuchsen, wohin sollte das führen? Die Möglichkeit einer schrecklichen Szene, die sein Haus mit der Blam der Ungastlichkeit behaftet hätte, trat dabei vor seine Seele. Der Himmel hatte aber ein Einsehen. Schon seit einer Viertelstunde lag ein grauer Ton über der Landschaft und plötzlich fielen Flocken. Erst vereinzelte, dann dicht und reichlich. Den Weg bis Glopp so fortzusetzen, daran war unter diesen Umständen gar nicht mehr zu denken. Und so brach man den auf, um ins Schloss zurückzukehren. Auch auf einen Besuch in der Kirche, weil es da zu kalt sei, wurde verzichtet. Und so brach man den